In diesem Video schauen wir uns mal genauer an, wie gut oder schlecht das Festgeld der Deutschen PBB Direktbank ist und wir beantworten die wahrscheinlich wichtigste Frage für viele Anleger, nämlich die nach der Sicherheit von Geldern bei dieser Bank. Schauen wir zunächst erstmal auf die Zinssätze direkt auf der Webseite der Bank. Wir liegen hier also für 12 Monate aktuell bei 0,5%, für zwei Jahre kriegen wir noch 0,8% und für zehn Jahre 2%. Das sind trotz aktuell steigender Zinsen immer noch keine extrem attraktiven Zinssätze, aber immerhin deutlich besser als was wir noch vor ein, zwei Jahren gesehen haben. Allein auf Basis dieser Zinssätze kann man aber gar nicht so richtig entscheiden, ob das attraktiv ist oder nicht, sondern man muss das im Marktvergleich sehen und das können wir hier, wenn wir mal bei uns in den Vergleich gehen, die Details aufmachen und in den Testbericht gehen, hier relativ schön in dieser Tabelle sehen. Denn für jede Laufzeit haben wir hier automatisch berechnet, wie gut der Zinssatz abschneidet im Vergleich zur Konkurrenz. Sprich, bei 5 Sternen hier unten für die zehnjährige Laufzeit ist die PBB direkt relativ weit oben an der Spitze des Vergleichs. Für die einjährige Laufzeit ist sie eher ein bisschen weiter abgeschlagen, irgendwo im Mittelfeld. Das liegt daran, dass wir gerade bei den kürzeren Laufzeiten, ein Jahr, zwei Jahre und so weiter, relativ viele osteuropäische und südeuropäische Banken haben, die relativ attraktive Zinsen anbieten und da kann die PBB direkt einfach nicht mitspielen. Das liegt aber auch daran, oder liegt nicht daran, sondern wenn man eine Präferenz hat für die deutsche Einlagensicherung und das mal, ich setze das hier mal kurz zurück und zeige, wie man das hier anschalten kann, Deutschland als Filter anschaltet, dann ist die PBB direkt tatsächlich hier für die einjährige Laufzeit sogar ganz weit oben, obwohl die Bewertung hier nur im Mittelfeld liegt. Das hat also damit zu tun, je nachdem, welche Präferenz man für welche Einlagensicherung hat, sieht das ein bisschen anders aus. Hat man keine Präferenz, sind natürlich die osteuropäischen und die südeuropäischen Banken relativ weit oben dabei. Schauen wir uns mal die sonstigen Konditionen, also nicht die Zinskonditionen, sondern die anderen Eckdaten an. Wir haben hier einen Mindestanlagebetrag von 5000 Euro, das ist also relativ üppig schon im Vergleich. Die Zinsgutschrift liegt für die einjährige Laufzeit tatsächlich am Ende der Laufzeit. Bei mehrjährigen Laufzeiten kann man wählen, ob man die Zinsen am Ende der Laufzeit ausgezahlt bekommen möchte oder jährlich alle 12 Monate. Das ist also möglich. Genauso möglich ist es, bei der automatischen Verlängerung auszuwählen zwischen ja, ich möchte das Festgeld automatisch verlängern am Ende der Laufzeit zum dann jeweils gültigen Zinssatz oder ich möchte es ausgezahlt bekommen. Ich persönlich bin immer dafür, es auszuzahlen, weil dann kann man flexibel entscheiden, ob man nochmal neu anlegen möchte oder nicht, je nachdem, wie die aktuelle Zinslage dann entsprechend ist. Vorzeitige Kündigung, ganz klassisch bei Festgeld nicht möglich. Man kommt also während der Laufzeit eigentlich de facto nicht an das Geld und die Steuern werden bei einer deutschen Bank, wie man es eigentlich kennt, automatisch abgezogen. Kann man natürlich verhindern, indem man einen Freistellungsauftrag einreicht. Was ich persönlich mir immer noch ganz gerne anschaue, sind die sogenannten Erfahrungsberichte, also die Bewertung anderer Anleger, die schon bei der PBB Direktbank angelegt haben. Dazu haben wir Erfahrungsberichte bei uns auf der Seite, dazu habe ich auch den Link unten in der Beschreibung mit reingepackt. Wir sehen hier, es sind neun Bewertungen insgesamt, davon 55% positiv, 11% neutral und der Rest sind negative. Wir kommen dadurch auf eine Empfehlungsquote von 61%, die ist jetzt nicht extrem gut, resultiert aber eben aus diesen drei negativen Berichten, die sich um relativ spezifische Service-Probleme handeln oder drehen. Deswegen liest ihr das am besten mal selber durch und macht ihr ein eigenes Bild. Ich fand die Probleme jetzt nicht so schlimm, dass es für mich bedeuten würde, dass ich dort nicht anlege. Ganz im Gegenteil, das sind aus meiner Sicht Probleme, die nun einen sehr, sehr kleinen Teil der Anleger wirklich treffen würden. Insofern aus meiner Sicht eigentlich eine relativ positive Bewertungsbasis dieser Anleger. Wie genau die Anlage nun bei der PBB direkt funktioniert, das ist eigentlich ganz klassisch. Man eröffnet ein Tagesgeldkonto bei der PBB direkt als Verrechnungskonto, sprich dorthin überweist man sein Geld. Und über das Online-Banking kann man dann quasi das Geld in ein neues Festgeldkonto, was man darüber eröffnet, transferieren. Alle Konten laufen auf den eigenen Namen und man bekommt einen eigenen Zugang zum Online-Banking, wie man das klassischerweise von Online-Banking oder von Online-Banken gewohnt ist. Einige Anleger, inklusive meiner Wenigkeit, bevorzugen mittlerweile eigentlich Anlagemarktplätze, wo man mit einem Zugang bei unterschiedlichen Banken in ganz Europa Geld anlegen kann. Mir ist aber auch bekannt, dass einige Anleger oder viele Anleger es trotzdem immer noch bevorzugen, einen direkten Kontakt zu der Bank zu haben, ein direktes Online-Banking zu haben. Und das ist tatsächlich hier bei der PBB direkt der Fall. Ja, und am Ende steht immer die wichtigste Frage, wie sicher ist denn mein Geld bei dieser Bank? Und man muss eigentlich immer bei dieser Frage so ein bisschen ehrlich sein und sagen, ja, so 100% genau kann man das nicht sagen. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Wir können nur auf Basis historischer Daten so ein bisschen eine Indikation, ein grobes Gefühl dafür bekommen, wie sicher oder unsicher diese Bank ist. Und um das zu tun, schauen wir uns eigentlich immer vier Indikatoren an. Das ist zum einen das Rating der Bank, die zuständige Einlagensicherung, die finanziellen Mittel der Einlagensicherung in Form der Deckungsquote und das Rating des Landes, was hinter dieser Einlagensicherung steht. Und diese Indikatoren finden wir auch bei uns im Festgeldvergleich wieder. Wir haben hier neben den Kundenbewertungen, also den Erfahrungsberichten, die ich schon erwähnt hatte, das Rating der Bank. Da liegt die PBB direkt mit einem Rating von Standard & Poor's im mittleren Bereich, sagen wir mal so. Das ist aus meiner Sicht durchaus akzeptabel, insbesondere dann, wenn man noch eine Einlagensicherung als Notfallnetz hinten dran hat, was ja hier der Fall ist. Wir haben das Rating des Landes. Das ist im Fall von Deutschland mit AAA quasi das Beste, was man bekommen kann. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Viel wichtiger ist aber die Deckungsquote. Und die Deckungsquote bezieht sich auf die liquiden Mittel, die eine Einlagensicherung zur Verfügung hat. In dem Fall ist die zuständige Einlagensicherung die gesetzliche deutsche Einlagensicherung mit einer Absicherung bis 100.000 Euro pro Kontoinhaber. Und darüber hinaus sind Gelder sogar abgesichert bis, ich glaube es waren 503 Millionen Euro pro Kunde, was natürlich ein völlig theoretischer Wert ist. So viel Geld hat kein Einlagensicherungsfonds der Welt, auch nicht der private Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Ich persönlich würde mich eigentlich nur auf diese 100.000 Euro der gesetzlichen Einlagensicherung verlassen. Und da können wir die Deckungsquote kalkulieren. Das bedeutet das Verhältnis von verfügbaren Mitteln des deutschen Einlagensicherungsfonds zu den Kundeneinlagen, die bei der Bank liegen. Sprich, wie viel Prozent dieser Kundeneinlagen wären jetzt morgen aktuell durch liquide Mittel des Einlagensicherungsfonds gedeckt. Und diese Deckungsquote liegt bei der PBB direkt und der deutschen Einlagensicherung bei etwa 42 Prozent. Sprich, aus der Portokasse könnte man nur etwa 42 Prozent der Einlagen sofort erstatten. Klingt erstmal niedrig, ist tatsächlich aber im Gesamtmarkt sogar ein relativ guter Wert, denn normalerweise hat eine Einlagensicherung eigentlich de facto nie genug Geld, um eine Mittelgroße oder eine große Bank wirklich komplett aufzufangen. Meistens springt dann am Ende doch irgendwie der Staat mit ein oder die angeschlossenen Banken schießen Kapital in den Fonds nach. Insofern ist das aus meiner Sicht eigentlich sogar eine relativ gute Quote. Und das Rating des Landes hatten wir schon besprochen. Triple A, bestes Rating. Also sollte wirklich das Geld nicht reichen und die Einlagensicherung auch von den angeschlossenen Banken nicht genug Geld bekommen, um alle Anleger im Falle einer Insolvenz der PBB direkt zu entschädigen, dann könnte Deutschland einspringen, muss es aber nicht, es gibt dafür keine gesetzliche Garantie, aber es könnte es auf jeden Fall ohne Probleme und hat es auch immer in der Vergangenheit getan. Mit so einem Rating dürfte Deutschland keine Probleme haben, am Geldmarkt zusätzlich Kredite dafür aufzunehmen. Ja, soweit eine kurze Übersicht über die Eckdaten und über die Sicherheit. Aus meiner Sicht absolut eine empfehlenswerte Anlage. Man muss sich natürlich mit den niedrigen Zinsen abfinden, aber das ist aktuell einfach die Situation. Von der Sicherheit habe ich persönlich keine Bedenken. Da gebe ich auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auch für das Video einen Daumen hoch da lassen. Und ich sage ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.